Ja, und wieder ein spannender Teil zum Thema Blackout. Eigentlich ja Greenout. Aber lassen wir über diese Feinheit nicht diskutieren. Wichtig ist zu begreifen, es hat schon was mit energiepolitischen Entscheidungen zu tun. Und dass das eintreten kann, sage ja nicht nur ich, sondern mittlerweile auch die Bundesregierung, die die Bundesbürger immer anmahnt, sich vorzubereiten. Sind wir denn vorbereitet? Also im Falle eines Stromausfalls wird alles weg sein. Licht und Kommunikation. Und das sind die kleinen Sachen, denn wir haben ja gestern schon gesagt oder in den letzten Tagen gehört, selbst die Klospülung wird nicht funktionieren und ihre Kühlschränke werden gelaufen. Selbst die Tankstelle und der Lebensmittelmarkt werden geschlossen. Aber nehmen wir mal die Checkliste für die ersten Minuten. Der Blackout tritt ein und sie sollten ja vorbereitet sein auf drei bis sieben Tage. Da die Kommunikation ausfällt und ich spreche von 110 und 112, ich spreche von ihrer persönlichen Kommunikation, ich spreche von Internet und WLAN, haben Sie sich darauf vorbereitet, wie Sie sich mit Ihren Freunden, Ihrem Partner treffen, wenn dieser Fall eintritt und man gar nicht in diesem Moment zusammen ist. Stellen Sie eine Checkliste, sprechen Sie mit Ihren Nachbarn. Wann treffen wir uns wo? Wer bringt was mit? Versuchen Sie sich breit aufzustellen und nicht schmal zu denken. In diesem Falle ist es wirklich gut, gut vorbereitet in diesen Moment zu kommen. Gut vorbereitet in einen Moment zu kommen, dem wir uns alle nicht wünschen, aber der rein theoretisch kurz vor der Tür steht. Deswegen eine Checkliste erstellen, mit Freunden sprechen und vor allem Treffpunkte, Notfalltreffpunkte vereinbaren. Das ist ein weiterer Tipp. Ihnen viel Spaß und Licht an.